Hoin sind Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße dich herzlich willkommen auf noch Repsplay, noch wird sich hier bald ein bisschen was ändern und zwar soll das kein langes Video werden und ich möchte auch nicht viel quatschen, aber hier wird es in Zukunft Genesis Videos geben. Ich kann jetzt noch nicht so viel zu dem Game sagen, aber es ist ein MOBA, das sich nur mit Controller spielen lässt. Also es kommt für Playstation raus in diesem Monat, ich weiß gar nicht, als Early Access glaube ich oder als Release, ich weiß es nicht. Irgendwann später kommt es auch als PC-Version raus und das ist ein Spiel, worauf ich jetzt seit einiger Zeit schon warte. Der Alex hat mir erzählt, ich glaube er hat das auch gespielt und hat gesagt, dass es ihm wirklich Spaß macht. Ich weiß nicht, wer mal Arena of Velo gespielt hat, da ist die Steuerung ähnlich. Das ist ein MOBA, das gibt es für Mobile, gibt es auch für die Switch mittlerweile und anders als bei League of Legends oder sowas, steuert man seinen Helden eben nicht mit einer Maus, indem man irgendwo klickt und der Held läuft dann hin und ansonsten kann man mit dem Bild rumscrollen, wie man möchte, sondern hier ist es wirklich so, wie bei Arena of Velo, du steuerst mit dem Stick, also wenn du jetzt mal hier einen Controller nimmst, ich habe jetzt hier mal einen Xbox-Controller, dann steuerst du mit dem Stick in die Richtung, in die du gehen möchtest und drückst dann eben die Attacken, also vier Stück hat man an der Zahl, seht ihr jetzt zum Beispiel unten auch, der hat auch Xbox-Controller gerade eingestellt, also LT, LB, RB und RT, also auf der Playstation ist es R1, R2, L1 und L2. Damit könnt ihr die Attacken machen, dann könnt ihr noch Items einsetzen und Pipapo, alles mögliche. Also jetzt im Hintergrund seht ihr gerade Gameplay, ich habe es einfach auf YouTube mal angemacht, hier von Vlad Mose, wie auch immer, gibt einfach Genesis MOBA ein und dann findet ihr Gameplay zu dem Game. Ich kann euch selber persönlich gar nicht so viel sagen, wie gesagt, weil ich habe mir Gameplay angeguckt und ich will das Spiel erstmal selber spielen und das wird es in Zukunft auf meinem Kanal geben. Ich denke, das ist eine ganz gute Alternative zu Paragon, weil ohne, also jetzt ohne zu übertreiben, ich glaube mindestens zwei Leute fragen mich am Tag, ey, weißt du, was es über Paragon gibt, was ist mit Paragon 2, wann kommt endlich Core raus und ich kann euch nichts dazu sagen, also ich sage immer nur wieder, wenn du Informationen über Core haben möchtest, dann schau doch einfach auf den Core-Discord. Was anderes kann ich euch nicht sagen darüber, weil was anderes weiß ich auch nicht. Wenn es irgendwann News dazu gibt, dann werden die selbstverständlich hier auf dem Kanal erscheinen. Wenn es keine News gibt, dann kann ich euch auch nichts dazu sagen. Also ihr braucht mich nicht fragen im Stream oder unter meinen Videos. Wenn ich keine News habe, dann mache ich kein Video und wenn ich News habe, dann mache ich ein Video. Also einfach Abonnent bleiben und gucken, dass ihr News habt. So, das ist das, wie gesagt, das erste MOBA, abgesehen von Arena auf VALOR, was man von Top Down auch mit dem Controller spielen kann. Arena auf VALOR gibt es, wie gesagt, mittlerweile nur auf der Switch, soweit ich weiß und ansonsten für Mobile. Mobile gibt es natürlich schon mehrere MOBAs. Ja, ich finde das MOBA hier ziemlich geil. Also es gibt Videos, wo man sich zum Beispiel alle Charaktere angucken kann und das Charakterdesign und die Skins und was es da jetzt alles schon gibt, sieht schon sehr, sehr geil aus. Die Geschwindigkeit ist recht langsam, finde ich. Wenn man sich das Gameplay jetzt mal so anguckt, der Charakter, der hier gerade gespielt wird, ist der Namenlose oder The Nameless und ich finde, das Spiel sieht schon sehr, sehr cool und sehr, sehr vielversprechend aus. Und ich bin jetzt der Meinung, dass ich gerne hiermit anfangen möchte, weil es eben ein neues Game ist. Oh, guck mal, da ist der Tentakelmann, der macht coole Tentakel hier, die die ganze Zeit schlagen. Ich finde es halt cool. Erstens ist es geil, weil es für Konsole ist und für PC und es ist mal was komplett Neues, weil man das eben nur mit Controller spielen kann. Man kann es wirklich nur mit einem Controller spielen, anders geht es nicht. Also auch PC-Spieler können das nur mit Controller spielen. Finde ich halt eine ganz coole Sache. Ich mag die Steuerung auch bei Arena of Velo sehr gerne, dass man den Helden selber steuern muss und nicht halt irgendwo hinklickt, wo der dann hinläuft. Finde ich ein bisschen nervig, ehrlich gesagt, aber hier ist es ganz geil, dass man es nur mit Controller steuern kann. Die Helden und so weiter kann ich euch jetzt nichts zu sagen. Von der Map sieht es eher klassisch aus, also wie ein klassisches Top-Down-Mober, ähnlich wie Dota 2 oder eben League of Legends. Da gibt es jetzt nicht so viele Unterschiede. Ihr seht hier bei der Karte gibt es hier zwei große Mobs im River. Wir haben einen River, der hier quer durchgeht. Der ist so ein bisschen S-förmig, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, man kann die Items, glaube ich, on the fly kaufen, also man muss nicht zurück. Das ist auch wie bei Arena of Velo. Übrigens, Arena of Velo, ich erwähne das die ganze Zeit, weil ich das Game halt auf dem Mobile unterwegs ab und zu mal zocke. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr auf dem Handy ab und zu mal was zocken möchtet. Arena of Velo ist wirklich ein sehr, sehr geiles Game und ist richtig weiterentwickelt und ist übrigens auch von Tencent, also von den Machern von League of Legends. So, jetzt sehen wir hier mal eine coole Kampf-Animation oder eine Kampfsequenz. Ja, guck mal, der wird eingefroren, kriegt ein bisschen was ab, flüchtet da vor dem Tentakelmann. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen langsam, aber ich weiß nicht, ob man es auch viel schneller machen sollte, wenn man das halt auch mit Controller spielt. Könnte ich jetzt nicht sagen. Ja, die Charaktere sehen ganz cool aus. Ich kann mal gucken, Genesis, MOBA, Characters, da gibt es einen Trailer dazu. Warte mal. Hier, das ist der Trailer. Den lasse ich mal kurz laufen. So. Aber ich mache mal den Sound aus, nicht, dass es irgendwie... Ah, ihr wisst. Aber jetzt ist meine Kamera natürlich im Weg. Eine Sekunde. So, ich mache mich mal hier runter. Oder ich mache mich mal hier hin. Da seht ihr es. Ja, die Charaktere sehen auf jeden Fall richtig geil aus und man hat da auch verschiedene Skins. Also hier seht ihr jetzt zum Beispiel, es gibt Rüstungsskins und Waffenskins. Hier sieht man das ganz gut verdeutlicht. Also man kann bei dem Typ sowohl den Skin als auch diesen Autoreifen auswählen. Ja, also es gibt Waffenskins, Rüstungsskins und sogar noch irgendwas Drittes, was ihr da rechts oben seht, wenn ich mal mit dem Mausharge draufgehe. Hier rechts oben seht ihr sowas. Da gibt es noch eine dritte Skin-Variation. Und die Charaktere sehen wirklich sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Also es ist schon cool. Die sehen nicht alle gleich aus. Da gibt es auch irgendwie Unterschiede in den Rassen, sage ich jetzt mal. Nicht, dass es irgendwie alles nur Menschen sind oder so weiter oder alles Maschinen, sondern ihr seht, hier gibt es einen fetten Klops oder eine Tussi mit einem geilen Speer. Oder dann seht ihr hier irgendeinen Mutanten mit coolen Hammerhänden und was. Nicht alles. Also das hier sieht gerade sehr chinesisch aus, aber ich mache das Video mal etwas schneller. Wiedergabegeschwindigkeit, machen wir mal hier ein bisschen flotter oder machen wir mal auf zwei. So, dann läuft es ein bisschen schneller. Und das wird es dann auch gewesen sein. Ja, die Charaktere sehen, wie gesagt, cool aus. Man kann sich die Waffen noch aussuchen, was ich halt sehr, sehr geil finde. Es gibt sogar hier Charaktere, die mit Fahrzeugen unterwegs sind. Das ist der Tentakelmann, den wir gerade eben im Game gesehen haben. Und ja, das wird es auf jeden Fall in Zukunft hier auf dem Kanal geben. Und ich werde auch dann, wenn es mir denn Spaß macht, Videos dazu machen. Also vielleicht Character Guides. Wir werden das im Livestream spielen. Also falls ihr meinen Twitch-Kanal noch nicht abonniert habt, beziehungsweise gefollowed habt, solltet ihr das tun. Denn da werden wir das live zocken. Und ja, dann hoffe ich, dass das Game richtig geil wird und nicht so schnell ausstirbt, wie die letzten Spiele, die ich so angefangen habe. Also sehr, sehr viele Games werden irgendwie rausgebracht. Dann machen sie zwei Wochen Spaß und danach kräht kein Hahn mehr danach. Wie Battleride zum Beispiel. Das ist komplett tot. Auf Twitch hat das noch drei Zuschauer weltweit eben gehabt, was richtig heftig ist. Zu Dauntless mache ich ein Extra-Video. Da muss ich auch nochmal mit euch drüber reden. Da habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Aber das ist halt auch ein bisschen im Argen. Und deswegen werde ich dann ein Video drüber machen. Wie gesagt, wenn Chora Paragon irgendwas passiert, dann wird es dazu kommen. Ähm, Rap-Videos werde ich dann auf Disrespect nur noch veröffentlichen. Und SDB und, ähm, BLB gucken wir aber hier noch fertig. Der Held sieht auch ganz cool aus wie so ein Gott. Krasser Gott, Alter. Wie heißt der? Bestimmt Zeus. Schreibt mal in die Kommentare, wer gewinnen würde. Zeus oder Thor? Guck mal, der Dicke da. Sieh, ist wieder die Moses. Ne, Quatsch. Also, Genesis demnächst bei mir auf dem Kanal. Ich freue mich auf euer Erscheinen. Ich hoffe, ihr zockt mit. Ich hoffe, ihr habt euch das Game schon ein bisschen angeguckt. Ansonsten einfach mal bei YouTube Genesis MOBA eingeben. Und da werdet ihr ganz viel Gameplay und so weiter finden. Ähm, und, ja. Dann hoffe ich, dass wir uns im Livestream sehen. Und dann mal miteinander zocken können. Und dann vielleicht mal ein bisschen die Leather hochklimben, würde ich sagen. Oder? Gut. Da will ich auch nicht länger plappern. Wir gucken uns gerade noch die letzten Helden an. Ne groß, burige, busige, äh, Amazone. Hier haben wir nen Mac. Sieht auch ganz cool aus. So ein bisschen Crunch-mäßig für die Paragon-Helden. Und hier ist der Gideon. Ne, Quatsch. Irgend so ein Typ mit einem Roboter-Magier mit einem Würfel. Auch sehr geil. Also, die Designs sehen schon cool aus. Sehen nicht so billig aus. Boah, das sieht krass aus. Guck mal. So ein Vampir-Wolf-Fledermaus-Mann. Ein Tussi mit Hämmern. Oh, guck mal. Ein Frosch in einem Roboter-Anzug. Der Howitzer des Games. Hier ist die Shinbi. Und die ist aus wie Pearl. Von Battle-Ride. Ich kann's Eifenblasen machen. Lustige. Lustige Dinger. Also, ich find's halt sowohl cool, dass es sehr kindlich gehalten wird. Also, dass auch jüngere Spieler das spielen. Ich glaube, das ist wichtig heutzutage, dass ein Spiel auch jüngere Spieler anspricht. Weil, wenn man die Kinder auf seiner Seite hat, dann, ja, hier sehen wir alle Charaktere mal. Wenn man so die Kinder auf seiner Seite hat, dann wird ein Spiel eher ein Erfolg, als wenn es nur erwachsenere Leute anspricht. Und das hier find ich eigentlich ganz gut gemischt. Also, es gibt so Roboter, es gibt Biester, es gibt normale Menschen, es gibt so kleine süße Zwergtypen oder Tiere. Es ist alles mit dabei. Und ich hoffe, es macht einfach Spaß zu zocken. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lass mir einen Daumen nach oben da. Und bis da in Stay Pan. Macht's gut.